Vor langer Zeit, vor den großen Kriegen, vor der Existenz der Rassen, wie wir sie heute kennen, waren die Lande nur von Menschen besiedelt. Jedenfalls schien es so. Die Zivilisation hatte sich schon vor vielen tausenden von Jahren entwickelt. Jahre harter Mühe und des Lernens, die den Menschen zu einem Punkt gebracht hatte, wo er kurz davor stand, die Geheimnisse des Lebens selbst zu beherrschen. Es war eine fabelhafte, aufregende Zeit zum Leben. So großartig, dass ein Großteil davon völlig über euer Verständnis ginge, selbst wenn ich in der Lage wäre, euch das vollkommenste Bild zu zeichnen. Aber während der Mensch all die Jahre daran arbeitete, um die Geheimnisse des Lebens zu entdecken, gelang es ihm nie seiner überwältigenden Faszination, vor den Tod zu entkommen. Er war eine konstante Alternative. Auch in den zivilisierten Nationen. Seltsamerweise war der Katalysator jeder neuen Entdeckung die gleiche endlose Suche. Das Studium der Wissenschaft. Nicht die Wissenschaft, die die Rassen heute kennen. Nicht das Studium des Tierlebens, der Pflanzen, die Erde, die einfachen Künste. Dies war eine Wissenschaft von Maschinen und Macht. Eine, die sich in unendliche Forschungsfelder aufteilte, die alle zu denselben beiden Enden abzielten. Wege zum Leben zu finden oder schnellere Methoden des Tötens. Wissenschaften der physischen Kräfte. Das waren die Methoden zu allen Zielen dieser Ära. Vor 2000 Jahren waren die Errungenschaften der menschlichen Rasse in der Geschichte der Erde unvergleichlich. Der uralte Feind des Menschen, der Tod, konnte nun nur diejenigen beanspruchen, die ihr natürliches Leben gelebt hatten. Die Krankheit war praktisch beseitigt. Und wenn man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte der Mensch sogar einen Weg gefunden, das Leben zu verlängern. Einige Philosophen behaupteten, dass die Geheimnisse des Lebens den Sterblichen verboten seien. Niemand hatte jemals etwas anderes bewiesen. Aber ihre Zeit lief ab. Und die gleiche Machtgier, die das Leben frei von Krankheit und Gebrechlichkeit gemacht hatte, zerstörte es fast komplett. Die großen Kriege begannen allmählich, von kleinen Streitigkeiten zwischen wenigen Völkern ausgehend. Obwohl man wusste, was geschah, breiteten sie sich von kleinen Dingen ausgehend als grundlegender Hass aus. Rasse, Nationalität, Grenzen, Glaubensbekenntnisse. Am Ende erfasste er alles. Dann plötzlich, so plötzlich, dass nur wenige wussten, was passiert war, war die ganze Welt in eine Serie von Vergeltungsangriffen erfüllt durch die verschiedenen Länder, alle sehr wissenschaftlich geplant und ausgeführt. In nur wenigen Minuten führte die Wissenschaft von tausenden von Jahren, das Lernen von Jahrhunderten, in eine fast totale Zerstörung des Lebens. Die großen Kriege Ein sehr guter Name. Die Macht, die in diesen wenigen Minuten in der Schlacht verbraucht wurde, gelang nicht nur, jene tausenden von Jahren menschlichen Waktums auszurotten, sondern auch eine Reihe von Explosionen und Umwälzungen, die die Oberfläche der Welt völlig verändert hatte. Der große Schlag vernichtete den größten Teil des Lebens, in über 90% der Erde. Aber die Nachwirkungen führten die Veränderung und das Ausstarben fort, brachen Kontinente auseinander, trockneten Ozeane aus und machten Land und Meere unbewohnbar vor viele hundert Jahre. Es sollte das Ende des ganzen Lebens gewesen sein, vielleicht das Ende der Welt selbst. Und nur ein Wunder verhinderte das Ende.